Musik Ich glaube, jeder Mensch, der mal schwerer krank ist, hat damit zu kämpfen, während der Zeit und danach natürlich. Und das Wichtigste ist, dass man einen Menschen hat, der zu einem steht und meine Frau hat das so bravourös gemacht, die hat mir so geholfen in allen Bereichen. Ich glaube, ich hätte es nicht gepackt unter sie. Musik Ich glaube, es hat uns noch mehr zusammen geschweißt, als wir zuvor schon. Wir waren zuvor schon so eng, aber ich glaube, seitdem sind wir noch viel enger. Wenn man Freude und Leid durchlebt, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du nur Friede, Freude und schöne Tage hast. Musik Ich bin sehr dankbar immer über sein Feedback. Weil dann weiß ich, wenn er sagt, es ist wirklich gut, dann ist es auch richtig gut. Und natürlich ist er sehr anspruchsvoll und will immer das Beste haben. Und das ist vielleicht nicht auch immer gleich aufs erste Mal einsingen da. Aber ich arbeite sehr gerne mit meinem Mann zusammen. Musik An meiner Frau fasziniert mich alles. Das fängt an mit ihrer Seele, ihrem Herzensgefühl, dann die Stimme, dann die Aura, die Ausstrahlung. Ja, und dann, wenn ich sie anfassen darf und ihr ein Bussi gebe, dann weiß ich, dass sie mich lieb hat und wir lieben uns einfach. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Musik 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 Musik